Nun herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wie Sie sehen werden, bringe ich sehr deutlich meine Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck. Wir müssen für die Ukraine beteln. Die Lage bewegt mich sehr, denn so viele der Gebiete, wo ich evangelisiert habe, vor 30 Jahren, sind jetzt sehr stark vom Krieg betroffen. Jemand schickte mir etwas, was mich daran erinnerte, dass ich vor 28 Jahren in Weißrussland evangelisiert habe. Aber leider geht es den Gemeinden so, insbesondere in der Ukraine, in Kherson, wo Sie wissen, dass die Stadt vollkommen umzingelt worden ist und jetzt fast zu einer russischen Stadt geworden ist. Ich hätte dort sein sollen, in diesem Jahr, im September, um das 30. Jubiläum der Gründung dieser Gemeinde zu feiern. Der Pastor ist mit seinem Leben davongekommen, zusammen mit seiner Frau und seiner Familie. Also Sie verstehen, warum mich das sehr berührt. Ja, es ist ein ziemliches Wunder Gottes gewesen, dass ich damals die Gelegenheit gehabt habe, in diesen ganzen betroffenen Regionen zu evangelisieren, in der Ukraine. Wenn ich zurückdenke, ich habe gerade erst heute mit jemandem über diese Zeit gesprochen. Gott sei Dank, dass Gott den Menschen damals eine Chance gab, bei diesen riesigen Evangelisationen umzukehren und zu Christus zu kommen. Manche taten das, und wir wissen, dass, ob sie tot oder lebendig sind, dass ihre Hoffnung in Christus ist. Diejenigen, die damals das Evangelium abgelehnt haben, es war leider ihrer Entscheidung. Es zeigt die Wichtigkeit von Gottes Zeitplan über die Jahre. Nun, ich werde mich jetzt einem anderen Thema widmen. Dieses Mal schaue ich mir den Philippabrief des Apostels Paulus an, und ich finde darin sehr viel, was mich besonders interessiert. Also schauen wir mal, wie wir heute vorankommen. Paulus beginnt damit, dass er von sich selbst spricht und von Timotheus, Knechte Jesu Christi, und er spricht zu allen Heiligen, die in Philippi wohnen, in Griechenland, zusammen mit den Aufsehern und den Diakonen. Er spricht hier die gesamte Gemeinde an. Nun, Paulus selbst ist in Schwierigkeiten, er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Also, das hat einen gewissen Einfluss auf das, was er im Brief anspricht. Er beginnt damit, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Das erinnert mich daran, in diesen wunderbaren Jahren der Evangelisation in der ehemaligen Sowjetunion, danke ich Gott für jedes Andenken, für jede Erinnerung an das, was damals geschah. Wenn ich zurückschaue auf die gewaltigen Wunder, manchmal kommen Menschen jetzt noch zu mir, gerade erst vor kurzem war das der Fall. Jemand gab eine ziemlich substanzielle Spende und er sagte, er erinnert sich daran, was vor fast 30 Jahren geschah in Kiew. Das war das erste Mal im Leben dieser Person, dass er in praktischer Weise die Wunder Gottes sah und sah, dass Menschen umkehrten. Und in unserem Gespräch sagte er mir erst vor kurzem, so viele Menschen nach vorne kommen zu sehen, die Christus annehmen, hat sein Leben verändert. Also danke ich Gott bei jedem Gedenken an diese Zeit. Dann spricht er davon, dass er betet und sich freut daran, dass sie Gemeinschaft am Evangelium haben. Und dann in Vers 6 spricht er über etwas Lehrmäßiges. Er sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Weil er sagt, dass das geschehen wird, bis Christus wiederkommt, macht offensichtlich, dass er über die Kraft des Heiligen Geistes spricht im Gläubigen. Und das ist so wichtig, umso mehr ich das Leben Jesu studiert habe, und das tue ich natürlich als ein Evangelist, desto mehr ist mir klar geworden, welche Kraft und welchen Einfluss der Heilige Geist auf Jesus hatte, auf sein Leben und auf seinen Dienst. Und die Tatsache, dass es selbst auf Jesus zutraf, dass er warten musste, wie die Jünger warten mussten, auf den Heiligen Geist zu Pfingsten, um ihren Dienst zu beginnen, so hat auch Jesus selbst seinen kraftvollen Dienst erst begonnen, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte. Also ist es derselbe Heilige Geist, der in Christus wirkte, der in uns wirken soll. Und dieser Heilige Geist wird, wie es hier steht, der ein Werk in uns begonnen hat, er wird fortfahren, daran zu arbeiten, bis auf den Tag, an dem Christus wiederkehrt. Das ist für mich insbesondere, in meinem Alter, Sie wissen, dass ich meinen 90. Geburtstag hinter mir habe, ziemlich bedeutend. Ich arbeite immer noch, entweder genauso viel oder sogar mehr als früher, als vor 20, 30 Jahren, und das liegt an dieser Zuversicht, dass der Heilige Geist nicht aufhören wird, in mir zu wirken. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Ich höre von Menschen, die in Rente gehen, die kürzer treten oder die sogar ganz aufhören, zu arbeiten. Ich habe das absolut nicht vor, nachzulassen oder aufzuhören, zu arbeiten, denn der Heilige Geist, gemäß dem, was Paulus hier schreibt, wird fortfahren, in mir zu wirken, bis zum Ende. Und ich erwarte, die Manifestationen des Heiligen Geistes zu haben, bis zum Ende, wie immer das Ende auch sein mag, ob der Herr mich nach Hause ruft oder ob ich durch die Gnade Gottes hier sein werde, wenn er wiederkommt. Wissen Sie, das ist etwas Großartiges für mich, denn wenn wir schon vom Heiligen Geist sprechen, ich wurde buchstäblich mit dem Feuer des Heiligen Geistes getauft, vor so vielen Jahren, vor 75 oder ein paar mehr Jahren, so lange ist das schon her, aber das Feuer und die Salbung des Heiligen Geistes in mir nach 75 Jahren hat nicht nachgelassen, hat nicht abgenommen. Ich denke, die meisten Menschen würden darin übereinstimmen, dass diese Kraft sogar zugenommen hat. Und das ist der Grund dafür, dass ich so glücklich darüber bin und so gerne weitergehe, weil ich spüre, dass der Heilige Geist weiterhin mit mir sein wird und er wird nicht nachlassen. Und das ist, was Paulus hier verheißt. Und dann fährt er fort und sagt, es ist dir nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen trage, aber er sagt auch, sowohl in meinen Fesseln, denn er war im Gefängnis, obwohl er in einem Großteil der Zeit in seiner eigenen Wohnung leben durfte und aus dem Grund, trotz seiner Ketten, trotz seiner Inhaftierung, hat er das Evangelium vorangebracht. Er sagt, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Also, was er erlebt, ist, dass sogar während seines Gefängnisaufenthalts und in seinem gesamten Leben ist sein Leben eine Bestätigung der Kraft des Evangeliums. Und mir gefällt es, mein Leben genauso zu sehen, dass mein Leben eine praktische Demonstration des Evangeliums ist. Vor kurzem sagte mir jemand, du sprichst nicht nur über diese Dinge, du tust sie tatsächlich. Und deswegen habe ich absolut nicht vor, das tun sein zu lassen. Und dennoch spreche ich darüber, weil ich die Dinge persönlich erlebt habe. Was den Krieg in der Ukraine angeht, so sind die einflussreichsten und die beeindruckendsten Reportagen solche von Menschen, die tatsächlich selbst vor Ort waren. Ich war sehr bewegt vor kurzem, denn es gab ein Interview von einem Fernsehreporter und dem russischen Botschafter in London, den er konfrontiert hat wegen der Gräueltaten in der Ukraine, von denen wir wissen. Aber während der russische Botschafter das abgestritten hat und gesagt hat, das ist alles nicht echt, das ist alles Propaganda, hat dennoch der Fernsehreporter gesagt, ja, aber Herr Botschafter, waren Sie persönlich dort? Wissen Sie, ich war persönlich vor Ort und ich habe die Beweise gesehen. Ich habe die staatlich geprüften und bestätigten Bilder gesehen. Und wissen Sie, so sehe ich die Kraft des Evangeliums in meinem fortgeschrittenen Alter. Ich war dort, ich habe es gesehen, ich habe es erlebt, ich habe es erfahren. Das, worüber ich spreche, ist mir sehr lebendig und sehr real und es ist unbestreitbar, weil ich die Beweise selbst erlebt habe. Und wie Sie wissen, die Tatsache, dass ich zweimal von Krebs geheilt worden bin, bedeutet, ich trage die Beweise an meinem Leib umher. Davon spricht Paulus hier. Aber dann fährt er fort und er spricht über die überströmende Liebe und darüber, dass die guten Dinge bestätigt werden und dass sie erfüllt werden mit den Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Aber dann setzt er fort in Vers 12. Und das möchte ich aufgreifen und den Vers darauf. In Vers 12 sagt er, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Das ist schon eine bemerkenswerte Aussage, denn er sagt so, dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus Willen gefesselt bin. Also was er hier verkündigt ist, was auch immer in seinem Leben geschieht, Gutes und Schlechtes, beides ist dazu da, das Evangelium zu fördern und auch zu zeigen, welche Kraft das Evangelium hat. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich hatte kein leichtes Leben, vielleicht sehen mich manche an und sagen, naja, der hat gut reden. Ich habe gelitten. Naja, gut, im Vergleich zu manchen anderen habe ich nicht gelitten bis zum Tod. Aber, wie Sie wissen, habe ich zweimal Krebs gehabt, beim ersten Mal war ich nur 32 Jahre alt, beim zweiten war ich 70 Jahre alt. In beiden Fällen habe ich Gottes Wort auf den Prüfstand gestellt und ich war entschlossen, zu demonstrieren, welche Kraft und Vollmacht das Wort Gottes hat und ich blieb standfest im Glauben und weigerte mich, in irgendeiner Form medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und Gott hat mich vollkommen geheilt. Und die Tatsache, dass ich jetzt vor Ihnen stehe und voller Leben und Kraft zu Ihnen spreche, ist der Beweis dafür. Ich habe überhaupt keine Schwäche, die zurückgeblieben ist, durch diese beiden Krebskrankheiten. Aber wissen Sie, als ich das zweite Mal Krebs hatte, das war vor 20 Jahren, um das Jahr 2000 herum, und das Erstaunliche ist, ich habe gesagt, oh Gott, ich bin es eigentlich leid, über das Wunder meiner Heilung von Krebs zu sprechen, also ließ Gott mich eine weitere Krebskrankheit erleben und ich bittete, oh Gott, ich bin 70 Jahre alt, wenn du mich nicht mehr brauchst, dann nimm mich nach Hause, aber lass es schnell geschehen. Aber ich sagte, wenn du mich brauchst, dass ich meinen Dienst fortsetze, in der ehemaligen Sowjetunion, dann brauche ich ein Wunder, um das Evangelium zu demonstrieren. Und Gott hat mich vollkommen geheilt, durch ein kraftvolles Wunder, und der Krebs kam physisch aus meinem Mund heraus. Und ich machte weiter, weil die Kraft Gottes in meinem Leben wirksam geworden ist. Wenn ich zurückschaue, dann hat alles, angefangen bei meiner ersten Reise nach Israel 1961, wo mir die Augen geöffnet wurden über den Zustand hinter dem eisernen Vorhang, die beiden Krebsfälle oder 1972, als ich ins Gefängnis kam, wenn ich zurückschaue auf diese Dinge, dann hat jedes dieser Ereignisse auf die lange Sicht nur bestätigt, wie kraftvoll das Evangelium ist, das ich predige. Und genau das sagt Paulus hier. Aber dann bringt er einen anderen Punkt, der sehr interessant ist. Und in diesem Bereich muss ich zugeben, dass ich wahrscheinlich etwas sanfter oder nachgiebiger geworden bin, was meine Meinungen angeht, über die Jahre, in den meisten Fällen, in den meisten Bereichen habe ich mich nicht verändert. Ich kann mich ja nicht verändern. Ich habe dasselbe Evangelium gepredigt, was ich immer gepredigt habe, habe nichts daran verändert. Es ist eine klare, einfache Botschaft, die ich auch predige. Und ich habe meine geistliche Erfahrung natürlich nicht verändert, aber Paulus sagt hier etwas, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Philippe 1 und wir schauen uns den Vers 15 an. Paulus spricht hier über ein anderes Thema. Er sagt, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Das Merkwürdige hier ist, dass Paulus zugibt, dass es manche gibt, die predigen, um Paulus in ein schlechtes Licht zu rücken. Und dann sagt er im Vers darauf, im Vers 15 sagt er, einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht und in Vers 17 jene aber aus Liebe. weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es, Vers 18? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und es geht mir so, dass ich immer mehr diese Sicht habe, dass es so viele verschiedene christliche Gruppen gibt, die verschiedene Dinge praktizieren. Und obwohl ich nicht alles, was sie tun, annehmen kann und für richtig empfinden kann, muss ich zugeben, dass in den meisten Fällen Christus dennoch verkündigt wird. Denn zum Beispiel, die Messe kann ich nicht in der Weise als richtig ansehen, dass die Elemente des Brotes und des Weins zum Leib Christi werden, zum buchstäblichen Leib Christi, denn wenn das der Fall wäre, dann würden wir jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, Christus erneut kreuzigen. Ich glaube, dass die Schrift buchstäblich sagt, dass das symbolische Dinge sind. Wenn wir uns die Taufe anschauen, es ist ein weiterer Fall, die einzige Taufe, von der die Schrift spricht, ist die Taufe von Menschen, die umgekehrt sind, die Buße getan haben. Und es heißt, dass wir errettet werden sollen, indem wir Dinge bekennen und dann uns taufen lassen. Was ist die Bedeutung der Taufe? Wenn wir im Römerbrief nachschauen, finden wir heraus, dass Paulus, es war wiederum Paulus, der sagt, es ist ein Begräbnis zusammen mit Christus. Wir sind mit Christus begraben in der Taufe und wir sind mit ihm mit auferweckt zu neuem Leben. Und die Betonung der Wassertaufe bei Paulus ist, wenn wir völlig untergetaucht werden im Wasser, dann ist das eine symbolische Handlung, die ein Begräbnis in Christus zum Ausdruck bringt. Und wenn wir aus dem Wasser wieder herauskommen, dann ist das das Symbol für ein neues Auferstehungsleben, wie es auch Christus ergangen ist, als er auferweckt wurde. Wir können sehen, dass die Wassertaufe zu unserem Evangelium gehört und es ist eine symbolische Handlung. Dennoch verstehe ich, wenn wir das Abendmahl nehmen und wenn wir das Brot und den Wein zu uns nehmen, dann sind das symbolische Handlungen, der Leib und das Blut Christi werden symbolisch dargestellt. Ich kann nicht glauben, dass das Brot und der Wein sich buchstäblich in den Leib Christi verwandeln, dass daraus Fleisch und Blut wird. Das sind symbolische Handlungen und Jesus sagt, tut das so oft, wie er das tut, um euch an mich zu erinnern. Also ist der Sinn und Zweck des Abendmahls, dass man sich erinnert an den Tod und die Auferstehung Christi, der für unsere Sünden starb. Und was wir verstehen müssen, ist Folgendes, dass selbst wenn manche Zeremonien nicht in Übereinstimmung mit dem sind, wie ich die Schrift sehe und verstehe, wenn Christus dadurch verherrlicht wird, wenn in alledem Christus verkündigt wird, dann erhebt es Jesus Christus vor den Augen der Menschen. Und wenn wir uns heute die Einstellung von Menschen vergegenwärtigen, die Einstellung der Atheisten, aber nicht nur das, viele Menschen sind so gleichgültig, was ich vorfinde in den meisten zivilisierten westlichen Ländern, Sondern sie sind völlig gleichgültig. Und als Evangelist rüttelt mich das innerlich auf, dass heute in so vielen Bereichen der Welt Menschen Christus nicht brauchen, sondern sich völlig auf sich selbst verlassen. Sie schauen auf die Regierung, sie erwarten Hilfe von Menschen, sie brauchen Christus nicht. Deswegen muss verkündigt werden, dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz und dass er auferstanden ist. und das ist für mich sehr interessant. Denn als ich an Teenager war, gab mein Vater mir ein Buch und dieses Buch heißt Wer hat den Stein bewegt? Man kann das Buch vielleicht heute noch im Internet finden. In diesem Buch hatte sich der Autor zusammen mit einem Freund, beide waren Atheisten, dazu entschlossen, das Christentum zu widerlegen. Und dieser Autor hatte den Ansatz, dass das wichtigste am christlichen Glauben die Auferstehung ist. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wie Paulus sagt, dann ist unsere Hoffnung vergebens. Wir haben keine Hoffnung, wenn Christus nicht auferstanden ist. Also ist das Allerwichtigste am Evangelium, dass Jesus Christus durch ein Wunder, weil er Gottes Sohn ist, von den Toten auferstanden ist, und er war 40 Tage lebendig und wurde gesehen, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Dieser Mann hat sich also als Atheist entschlossen, als Ungläubiger, die Wahrheit der Auferstehung zu widerlegen. Das Erstaunliche ist, als ich das Buch las, fand ich heraus, umso mehr Beweise er sammelte, umso mehr wurde er davon überzeugt, und nach der Hälfte des Buches wird einem plötzlich klar, dieser Mann bekennt in seinem Buch, dass er als Ungläubiger anfing, aber er fand unwiderlegbare Beweise der Auferstehung und Beweise dieses Wunders, und dadurch bekehrte er sich, und er beschließt das Buch als ein wiedergeborener, gläubiger Christ. Also was ich Ihnen sage ist, es gibt Zeiten, obwohl ich mit manchen Dingen nicht übereinstimme, mit manchen Zeremonien, aber wenn unter dem Strich Christus verkündet wird als Gottes Sohn, der am Kreuz starb, um unsere Sünden zu vergeben, dann wird dadurch Christus verherrlicht. Also genau das sagt Paulus hier in Vers 18. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, darüber, dass Christus verkündigt wird. Und ich habe den Eindruck, in der Gemeinde heutzutage müssen wir zurückkommen zur Einfachheit des Evangeliums von Christus. Die Gefahr ist, dass die Gemeinde sich zu sehr politisch engagiert, sich zu sehr mit sozialen Hilfeleistungen beschäftigt. Natürlich brauchen wir auch diese Aktivitäten, aber nicht, wenn wir dabei die zentrale Botschaft des Evangeliums aus den Augen verlieren. Das Wesentliche ist, dass wir Christen sind, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Der Begriff Christen wurde als Hohn und Spott verstanden, am Anfang der Gemeinde. Diese Menschen sind Christen, werden Christen genannt, weil sie Christus nachfolgen. Und die Betonung ist, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und was ich tun möchte, ich möchte betonen, Christus muss gepredigt werden. Er ist der Sohn Gottes. Er starb an einem Kreuz, um den Preis für unsere Sünden zu bezahlen, aber, er blieb nicht tot, er ist auferstanden. Und die Gefahr ist in der Gemeinde, konzentriert euch nicht hauptsächlich auf den Tod. Wir alle müssen sterben. Aber nur Christus hat den Fluch des Todes gebrochen und ist auferstanden aus den Toten und so werden auch wir aus den Toten auferstehen und mit Christus leben in Ewigkeit. Ich muss dieses Thema fortsetzen, wahrscheinlich in meiner nächsten Predigt. Gott segne Sie.